Herren B wie Berta, Doppel, erste Runde, das ist Otto, Insingen, oder ist der Neude, keine Ahnung wie die heißen, Wolfgang Graf, Halle, Scheinfeld, die ersten geteilten Bezirksmeisterschaften des Bezirks Mittelfranken, bisher war das alles immer in einer Veranstaltung, jetzt gibt es Nord und Süd und Scheinfeld gehört offensichtlich zu Süd. Schade für die, die da sind, denn es sind einfach zu wenig, das macht keinen Spaß hier. Nichts los. Vier Damen A, eine Damen B, 16 H&D, habe mich immer am meisten besucht. Was ist denn? Und in der B-Klasse auch geschätzte 12, 13 Leute höchstens. Und dabei geht es immerhin hier um die Qualifikation zur Bayerischen, in diesem Fall B-Klassenmeisterschaft. Bei den Damen A auch direkte Qualifikation für die Bayerischen.